Abstammung Abstammung heißt der Nachkomme von jemandem sein oder auch etwas kann etwas abstammen. Jemand etwas hat seinen Ursprung in etwas. Und das Verb abstammen wiederum kommt von stammen, nämlich ein senkrecht gewachsener Teil eines Baumes. Vom Stamm gehen Äste ab und daher kann man abstammen eben von dem Stamm. So wie die Äste haben ihre Abstammung im Stamm. Gut, dann gibt es außerdem noch Wurzeln und aus diesem Stamm gibt es auch den Volksstamm, aus dem dann verschiedene Äste herausgehen.